Oh mein Gott! Marsha, willst du kurz deine Meinung sagen dazu, dass wir bei Seven vs. Wilders sind? Jemand hat gefragt. Also ich finde das eigentlich ganz cool. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass jeder drauf geht. Muss ich ehrlich sagen. Weil es glaube ich zu zweit more safe ist, würde ich sagen. Aber ja, es wird geil. Ich freue mich. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir uns, was wird. Aber das wird halt hart. Ich glaube nicht, dass ihr die zwei Wochen durchhaltet. Wow, denkst du nicht? Ne, ich glaube nicht. Warum? Ohne Essen? Nein, nein, wir essen ja. Ja, was, esst ihr einen Fisch am Tag oder was? Wenn ihr überhaupt einen... Willst du sagen, dein Mann ist kein Jäger? Nein. Wir liegen einen in Wärmen. Ich finde zwei Wochen ist richtig hart. Ja, ja. I don't know, don't know, zwei Wochen wird crazy. Ich mach Predictions, sag so... Fünf Tage. Oh mein Gott. Dings, wie willst du eigentlich bei Seven vs. Wild überleben, wenn du kein Essen bestellen kannst? Bubble Tea gibt's in der Wildnis auch nicht, habe ich gehört. Wird im Notfall des Räts Schwein dran glauben müssen, uns zu Chicken Milk Nuggets verarbeitet? Bsp... Kannst du kurz früh gehen? Bruder, ich sag dir so wie es ist. Am Ende des Tages vielleicht musst du unbedingt sterben, dann ist es so. Dann ist es so. Dann sollte es so sein. Ja, lass den Daumen nach oben da, abonniert den Kanal.